Über Umweltinformationen und das Umweltinformationsrecht haben wir in drei Minuten Umweltrecht schon das eine oder andere Mal gesprochen. Der Europäische Gerichtshof hat nun den Freunden der irischen Umwelt im Besonderen und uns im Allgemeinen durch ein neues Erkenntnis jetzt wieder eine Spur mehr über die Auslegung der Umweltinformationsrichtlinie verraten. Was das ist, das schauen wir uns in dieser Ausgabe von drei Minuten Umweltrecht näher an. Grüß Gott, mein Name ist Peter Sander von der Rechtsanwaltskanzlei Niederhuber und Partner mit Sitz in Wien, Salzburg und Graz. Die Friends of the Irish Environment, die Freunde der irischen Umwelt, das ist eine Umweltorganisation. Diese Umweltorganisation war Partei in einem Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof, wo es um die Auslegung der Umweltinformationsrichtlinie gegangen ist. Der Ausgangssachverhalt war denkbar simpel. Eine Elektrizitätserzeugungsanlage ist in Irland genehmigt worden. Alle Verfahren waren abgeschlossen. Teilweise wurden diese Verfahren auch vor einem Gericht geführt. Nachdem alle Verfahren abgeschlossen waren, hat die Umweltorganisation Friends of the Irish Environment einen Antrag an dieses Gericht gestellt. Man möge doch Protokolle, vorgelegte Unterlagen, Beilagen, sonstige Dokumente aus diesem abgeschlossenen Verfahren herausgeben. Das irische Gericht hat gesagt, ich bin ein Gericht, ich bin keine Behörde, keine informationspflichtige Stelle, so wie es in der Umweltinformationsrichtlinie heißt. Ich bin nicht zur Herausgabe dieser Informationen verpflichtet. Darüber wurde in Irland durch die Instanzen gestritten. Und das irische Höchstgericht war sich unsicher, ob das Gericht Gericht genug ist, um unter diese Ausnahme zu fallen und hat den Europäischen Gerichtshof angerufen. Der Europäische Gerichtshof hat nicht lange gefackelt. Er hat dieses Verfahren zum Anlass genommen, klarzustellen, dass die Umweltinformationsrichtlinie entlang ihres Wortlauts auszulegen ist. Behörden und sonstige informationspflichtige Stellen sind keine Gerichte. Gerichte sind für die Überprüfung behördlicher Tätigkeiten in aller Regel da. Und Gerichte sind nicht informationspflichtig nach dieser Umweltinformationsrichtlinie. Daher haben Friends of the Irish Environment auch die angefragten Informationen nicht mehr bekommen. Für uns bedeutet das, alles was vor Gericht war, ist letztlich ausgenommen von der Herausgabepflicht nach dem Umweltinformationsrecht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017